was geht ab leute mein name ist boga herzlich willkommen auf meinem youtube channel ackermann boga ich fange jetzt auch mit youtube an leute ja verkackt wieder was geht ab freunde mein name ist boga herzlich willkommen auf meinem youtube channel ackermann boga das hier ist mein allererstes youtube video leute ich würde mich freuen wenn ich abonniert mich supportet und dieses video auch liked heute machen wir ein unboxing video ich habe mir was bestellt von nike es ist ein schuh sind die nike led waffel in der us 10 und die packen wir heute zusammen aus ok freunde das hier ist der schuh wir sehen könnt sind es hier drei verschiedene materialien ich bin jetzt nicht genau sicher was da verwendet worden ist ich glaube leder und nylon und noch was keine ahnung auf jeden fall sind die schnürsenkel auch ziemlich cool ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt sind so zwei verschiedene schnürsenkel und auch einmal hier wie so eine geschenk papier schnur ich weiß nicht ob man das jetzt hier erkennen kann auf dem video ja auf jeden fall habe ich mir die schuhe geholt im resale ich habe sie leider nicht retail bekommen ich habe dafür glaube ich ich habe die trotzdem noch zu einem guten preis bekommen für 200 euro das geht eigentlich die kosten jetzt mittlerweile ich glaube um die 250 bis 300 ich bin mir nicht ganz sicher auf jeden fall für den sommer ein optimaler schuh freunde und ich freue mich den dann zu tragen genau leute wie ich ja schon am anfang gesagt habe freunde ist mein allererstes youtube video ja bisher war ich jetzt nur auf instagram ein bisschen aktiv jetzt auch nicht so voll der influenza ich habe mich entschieden youtube zu machen weil ich euch einfach bisschen was für mein leben zeigen wollte ich interessiere mich viel für fashion ich reise viel jetzt durch die corona zeit ist leider nicht möglich aber genau durch diese zeit habe ich auch für mich überlegt dass ich mit youtube anfangen möchte und ich dachte mir wenn ich jetzt mal dann jeder von uns hat jetzt viel zeit und ich nutze einfach mal diese zeit ich versuche zu starten und ja genau leute deswegen würde ich mich sehr freuen wenn ihr den kanal abonniert ihr könnt mich auch gerne auf instagram abchecken da heiße ich auch akamaboga und ja freunde wie gesagt in zukunft werdet ihr viele videos von mir sehen ich hoffe es zumindestens ich möchte wieder viel reisen da möchte ich mitnehmen bisschen travel blogs machen und genau ja hier ein paar fashion pack openings vielleicht was ich mir kaufe und ja freunde haut rein leute bleibt gesund und peace